Da ist Beta-Alanin drin, Citrullin und ein paar BCAAs oder wie man auch heutzutage sagt BCAAs. Jo, Schwarzfreunde, euer Göcki. Am Start heute mal ein kleiner Vlog. Ihr fragt ja immer so, was esse ich am Tag. Macht doch mal so ein Full Day of Eating. Ich dachte, ich fange einfach mal hier mit dem Frühstück ein bisschen an. Full Day gibt es heute nicht, aber ein bisschen, was ich frühstücke. Ich glaube, meine Ernährung, das ist bei mir so der Unterschied, wo sich ein Bodybuilder von einem Göcki unterscheidet. Also ich lege schon auf die Basis bei der Ernährung Wert, aber wie gesagt, momentan bin ich noch nicht der Typ, der wieder trackt. Ich habe ja hier das Bodymedia. Philipp hat sich jetzt auch so ein Ding bestellt. Wir wollten das dann zusammen tracken, aber ich bin jetzt nicht so vernaht, dass ich jetzt momentan jede Kalorie da aufzähle. Deswegen mal kurz zu meinem Frühstück. Bei mir sind das immer so ein paar Basics, was ich heute Morgen gegessen habe. Einfach Müsli. Ich bin morgens eher so der Müsli-Typ, nicht der Brot-Typ. Ich glaube, da gibt es verschiedene Typen, Müsli oder Brot. Bei mir sieht es so aus, ich haue mir immer eine große Schüssel hier rein. Meistens habe ich hier so eine von meiner Waage. Die nehme ich da meistens. Und dann gibt es einfach hier ein bisschen Müsli. Standard natürlich Haferflocken einfach. Dann habe ich jetzt beim Aldi entdeckt, das ist ganz cool, schaut mal. Und zwar ist das Basis-Müsli-Cereal-Mix. Nur 3,2 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Und das ist jetzt so, ja so eine, hier Kern, Samen, was haben wir alles drin? Haferflocken und so weiter und so fort. Also es ist einfach eine gute Grundbasis für ein Müsli, ja. Nichts Besonderes. Aber es ist ein bisschen knackiger als nur die Haferflocken. Dann dazu immer am Start eine Banane einfach rein schnippeln. Dann mache ich sehr gerne auch hier, ich habe es hier noch eine Sekunde, ein paar gefrorene Himbeeren mit ins Müsli. Die lösen sich ja dann so schön auf. Und dann immer noch sehr gerne, schaut mal, ich brauche immer so ein bisschen was Süßes mit rein. Und dann nehme ich entweder eine normale Schokomüsli oder hier so ein Clusters oder hier die Shreddies. Mit Schoko einfach so eine halbe Handvoll auch nochmal, dass ein bisschen Geschmack mit reinkommt. Und dann als Proteinquelle habe ich gerade hier ein Whey-Isolat da. Und da nehme ich tatsächlich, das machen ja sich viele immer morgens, ins Müsli so ein Schoko-Eiweiß-Whey oder so. Mir wird das dann zu süß, wenn ich da noch einen Geschmack von Protein mit drin habe im Frühstück. Deswegen habe ich hier immer beim Eiweißpulver ein Natural, also wirklich geschmacksloses Eiweißpulver. Ein bis zwei Esslöffel noch rein, dann habe ich eine große Schüssel. Boah, müssen wir jetzt mal hochrechnen. Ich denke, bei 700 Kalorien bin ich da wahrscheinlich schon und dann ein gutes Frühstück. Und so viel zu meinem Frühstück momentan. Wie ihr seht, habe ich auch mal so was ganz wichtig bei mir ist, damit ich überhaupt zunehmen kann und was draufkommt, sind so Snacks für zwischendurch. Ich habe dann echt, momentan sowas esse ich gerne, Fincrisp, einfach so ein Roggenvollkornknäckebrot, das haue ich mir zwischendurch rein. Und jetzt habe ich auch noch gefunden, von Corny gibt es Haferhonig, das sind so Haferblöcke, so kleine. Ein bisschen süßer, aber schmeckt auch relativ gut. Wie sind die Nährwerte? Einen Riegel, 20 Gramm, 3,8 Gramm Zucker da drauf. Fett meine ich. Ja, ist jetzt nicht von Nährwert nicht das Allerbeste. Etwas viel Fett, also auf 100 Gramm 19 Gramm Fett. Davon 8,3 Gramm Eiweiß. Aber so, wer ein bisschen zulegen möchte, Corny Crunch schmeckt auf jeden Fall ganz cool. Ja, soviel einfach mal, kurz Update zum Frühstück, was ich so esse. Und ja, ihr könnt mich heute mal ein bisschen so hier sehen, was ich mache, ne. Da bin ich wieder, Sportsfreunde, und gucken, was ich bekommen habe. Ein fettes Paket, ist heute angekommen mit der Post. Und vorweg, ich werde von denen, die mir das geschickt haben, nicht gesponsert und auch nicht bezahlt. Ich schwöre auf meinen Tod. Und ich war sehr überrascht, weil ich habe keine Ankündigung bekommen, keinen Anruf, keine Mail, dass die mir was zuschicken. Und zwar habe ich von Smilodocs ein Paket bekommen. Die haben auch schon mal irgendwann was zugeschickt. Und zwar sind das Klamotten, so Stringer, so typische Sport-Fitness-Klamotten. Und wir gucken einfach mal rein, als Dankeschön dafür, dass die mir das zugesendet haben, ohne dass die gesagt haben, halt das dir die Kamera oder sonst was. Und ich finde, als Gegenleistung ist es angebracht, das mal kurz zu zeigen. Deswegen gehen wir einfach mal durch. Und zwar ist es einfach hier so ein, also relativ groß, wenn ihr mal guckt, ne. Ich mache mal hier ein bisschen Licht. Schon viel drin, würde ich sagen. Wahrscheinlich so die Winter Collection. Eine Jogginghose. Dann Stringer am Start. Nochmal ein Stringer oder Tanktop wahrscheinlich. Jogginghose. Relativ viel. Pullover. Hoodie. Hoodie. Ich muss das mal auspacken und mal tragen, dann zeige ich euch das nochmal. Ich will das auch nicht groß für die Werbung machen, wie gesagt. Dazu wollte ich euch gleich noch was erzählen, vielleicht kurz. Und zwar, ach guckt mal hier, Butz, Digga. Das ist hier die Mütze. Das ist von Flying Uwe. Flying Uwe. Kann ich auch mal kurz meine Meinung sagen? Ganz ehrlich, ich finde Flying Uwe ist ein cooler Typ. Und vor allem finde ich es richtig cool bei ihm, dass er einfach, er hat eine große Reichweite und er ist immer eher selbst geblieben. Von dem ersten Video an bis heute hat er sich nicht verändert. Und das kann man von den meisten hier auf YouTube nicht mehr machen. Mehr sagen, die da Business gemacht haben. Die haben sich hier komplett ins Negativ in meinen Augen entwickelt. Und so viel kann man zu Uwe sagen. Ich finde es ein cooler Typ. Mit seinem Kampfsport hat der auch noch so eine gewisse USP, was Besonderes. Und ich gucke ihn gerne an. Er ist wirklich lustig und informativ. Und das kommt einfach cool mit dem Kampfsport. Also so viel zu Flying Uwe. Ich habe leider noch nie die Möglichkeit gehabt, ihn kennenzulernen. Vielleicht gibt es das irgendwann mal, wenn er das sieht. Wenn er Bock hat, in Berlin ist oder ich in Hamburg. Vielleicht kann man ja mal starten. Würde mich auf jeden Fall freuen. So viel dazu. Ja, ein paar Shaker noch. Mützen. In dem Sinne muss ich auf jeden Fall mal einmal hier schon wieder einen Hoodie. Vielen, vielen Dank an Smilodox, Swilodox sagen. Vielleicht helfen wir mal, wie das ausgesprochen wird. Und ja, ich merke, dass die letzte Zeit und eigentlich schon die letzten ein, zwei Jahre auch, dass halt immer wieder auch so Klamottenfirmen und Unternehmen versuchen, mich sozusagen unter Vertrag zu nehmen. So eine Art Exklusivvertrag. Das heißt, die schicken dir Klamotten zu und zahlen dir dann noch ein nettes Sümmchen im Monat. Du kannst da tatsächlich echt so 1000 Euro oder sogar ein bisschen mehr im Monat noch mit extra verdienen, wenn du deren Klamotten trägst und sozusagen das exklusiv machst. Und da ist für mich dieser knackende Punkt, wieso ich das halt nicht mache. Ich habe schon, ich trage halt gerne wieder die Klamotten, die werde ich auch sicher hin und wieder in meinen Videos tragen, aber nicht exklusiv. Und deswegen verdiene ich daran auch kein Geld, weil für mich ist halt diese Freiheit wichtiger zu sagen oder die Freiheit zu haben, ich kann in jedem Video einfach das tragen, wo ich Bock drauf habe. Muss nicht immer mit dem gleichen Emblem, mit dem gleichen Mark rumlaufen. Das hängt jetzt auch nicht hiermit zusammen, dass ich jetzt ein paar eigene Sachen mache, sondern einfach, weil ich einfach Bock habe, das zu tragen, was ich möchte. Beim Training, sowohl auch hier bei meinen Labervideos auf meiner Couch. Da sind, 1000 Euro sind natürlich viel Geld im Monat, aber mir ist diese Freiheit zu sagen, ich kann das tragen, was ich will, einfach wichtiger. Ich weiß, ich glaube, ich bin da so ein kleiner Rebell, wie ihr schon festgestellt habt. Für mich ist diese Freiheit, machen und tun zu können, was ich will, immer noch viel wichtiger als Kohle. Und ja, das ist halt einfach meine Einstellung, wieso ich jetzt nicht exklusiv immer nur das Gleiche trage. Ihr kennt es ja von anderen Kanälen, die tragen halt tatsächlich immer die gleiche Kleidung in jedem Video. Und ich finde es teilweise albern, weil ich das nicht authentisch finde, weil wenn ich auf der Straße rumlaufe oder in meinem normalen Leben sozusagen, dann trage ich auch nicht immer nur eine Marke. Und es gibt halt viele coole Sachen, die mir gefallen und die möchte ich einfach auch tragen können, genauso in meinen Videos. Jetzt geht es gleich ab zum Training und ja, hier so mein alltägliches Pre-Workout-Ritual. Ich sitze meistens vor dem Computer, shake so ein bisschen Spotify ab, welche Musik ich mir dann reinziehe beim Training, relaxe noch ein bisschen, trinke mir so eine Art Booster. Booster heißt in dem Sinne jetzt keine Stimulantien oder kein klassischer Booster, sondern da ist Beta-Alanin drin, Citrullin und ein paar BCAAs oder wie man auch heutzutage sagt, BCAAs. Ja, dann geht es gleich ins Fitnessstudio bzw. Gym und ja, train hard, work hard oder work hard, play hard, wie auch immer, scheißegal. Ja, ihr habt mich ja schon mal gefragt und deswegen dachte ich, ich könnte das hier nochmal kurz aufgreifen, das Thema Kopfhörer beim Training. Ich habe ja ein paar zugeschickt bekommen. Einmal hier, das sind die von Soul Electronics oder Soul, die run free. Dann von Plantronics habe ich welche da. Und damit wir mal einen Vergleich haben, das sind von Amazon welche, die sind XMPo Bluetooth, die gibt es bei Amazon auf jeden Fall. Ich gucke mal, ob ich das hier mal so ein bisschen hinstellen kann und dann schauen wir mal rein. Ja, ist ein bisschen schwierig gerade hier. Ich gucke, dass ich das mal ein bisschen testet. Kamera abgestellt, läuft. Ja, so einmal zu den Plantronics vielleicht ganz kurz. Das sind halt hier die Bluetooth-Kopfhörer. Das ist mal ganz cool. Das ist halt geil als YouTuber, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem als Fitness-YouTuber. Man bekommt halt ständig irgendein Zeug zugeschickt und ich feiere das extrem. Meistens sind es halt nur die Produkte, wo man halt keine Kohle für kriegt, aber ich finde das bei Kopfhörern ist völlig in Ordnung. Die haben ja auch einen gewissen Wert und ich bin auch so ein bisschen so ein Spielkind. Ich freue mich immer, wenn ein Paket kommt und dann gerade Kopfhörer, also was cool ist. Das sind jetzt hier die Plantronics. Ich halte es mal rein, ich hoffe, man sieht es. Die Audi-Qualität ist ganz cool. Allerdings, was mich bei denen jetzt stört und ich habe so Ohren, so diese In-Ear-Dinger, vor allem mit diesen Bügeln, das mag ich nicht. Ich mag persönlich keine Bügel, so Ohrbügel hier drüber. Und dann ist es noch, um die Anpassung hier zu haben, gibt es hier im Ohr, schaut mal, ob ihr seht, so ein kleiner Penüppel, das Ding hier, das hier. Das heißt, der ist immer dran und das passt sich dann in der Ohrgröße sozusagen an, dass es reingeht. Und in meinen Augen, und ich finde es ziemlich unangenehm, es drückt im Ohr extrem. Also es macht keinen Spaß, es ist richtig am Drücken im Ohr. Und so ist es für mich fast gar nicht möglich, diese Kopfhörer zu tragen. Die Tonqualität ist gut, aber es ist unangenehm, diese Plantronics in meinen Augen zu tragen. Preis weiß ich jetzt gar nicht, müsstet ihr mal nachgucken. Plantronic, Bluetooth, Kopfhörer, so günstig sind die ganzen Dinger, glaube ich, gar nicht. Aber für mich sind die durchgefallen, allein wegen so einem Bügel, weil es einfach für mich stört. Aber müsst ihr selber wissen, der eine mag das gerne mit bügeln, der andere nicht. Also ich mag das nicht mit dem Bügeln. Das ist Punkt 1. Dann Punkt 2, diese M-Po, sind vom Tragekomfort ganz cool, finde ich die. Man kann halt hier diese Dinger umändern, dass es reinpasst. Vom Ton sind sie ganz gut. Und der ganze Vorteil an diesen Dingern hier, die sind relativ günstig. Ich glaube, die sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis, müsst ihr mal nachgucken, diese M-Po, 30 oder 40 Euro nur. Also die günstigsten würde ich sogar fast empfehlen. Ihr habt dann immer hier so eine Art USB-Anschluss, wo ihr die Dinger aufladen könnt, so wie der Akku läuft das Ganze. Ganz cool. Meine Favoriten sind aber ganz klar die Soul. Die kommen halt in so einem schicken Ding hier. Und aus zwei Gründen einfach. Einmal, wir haben hier, was wollte ich sagen, keine Bügel dran, keine Bügel. Und hier ist halt so eine Art Gummiteil. Für mich passt sich das perfekt im Ohr mal an mit diesen Teilen, mit so einem Gummidingen hier, was in die Ohrmuschel dann perfekt passt. Wir haben dann hier auch wieder, ich hoffe man sieht das, ich mach's mal auf. Hinter dem Emblem versteckt sich auch hier in dem Fall wieder der USB-Stecker. Man muss ehrlich sagen, mir ist hier, normalerweise ist dieses kleine Ding hier, da haben wir dran noch befestigt, ist abgebrochen. Da muss man sagen, vielleicht Verarbeitung auch nicht perfekt bei den Soul. Ist abgebrochen relativ schnell. Aber, wenn man es nicht verliert, auch ohne geht es natürlich weiter. Und ich fahre halt hier diese Steuerung, die ist direkt am Kabel. Also die Steuerung, um halt hier die Lautstärke zu verstellen, ist halt direkt hier an dem Kabel dran, was ganz klassisch ist. Man trägt das dann im Endeffekt so hier drum. Und einmal Ralph-Mode. Fällt eigentlich nicht raus und auch beim Joggen ist es gut. Also auch ohne Bügel hält es ganz gut. Deswegen meine Favoriten, welche ich auch tatsächlich jetzt immer trage. Die trage ich wirklich bei meinem Training, die Soul. Allerdings Preis, 199 Euro, glaube ich, ist kein Schnäppchen. Aber wenn ihr dann investiert und die Dinge halten, sind die geil. In meinen Augen sind die geil, aber muss jeder selber wissen, wie viel Geld er dafür ausgeben möchte. Meine Bluetooth-Kopfhörer, die ich am Start hatte, habe gerade die Soul, verwende ich. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr dann für Kopfhörer verwendet beim Training. Habt ihr noch einen Geheimtipp? Ja, und weil ihr mich halt immer gefragt habt, was ich beim Training höre, was ich bei Bluetooth, ach bei Spotify höre natürlich, habe ich für euch mal eine kleine Playlist zusammengestellt. Und die heißt so, guckt mal. Gürky Shepard, aber Shepard abgekürzt natürlich, im neuen Superstyle. Da guckt ihr einfach mal rein. Und das ist halt so die Musik, die ich ja tatsächlich beim Training auch höre. Da haben wir dann The Game, Wiz Khalifa, Haftbefehl, 50 Cent. Da ist sogar teilweise Limbiscuit mit drin, aber auch Klassiker wie Notorious B.I.G., Eminem, Kanye West, Ice Cube. Auch Jacuzo mag ich zum Beispiel. Sowas ist drin, checkt das mal ab. Hat sogar schon, oh, schon, wie viele Follower hat die inzwischen? Habe es ja bei Facebook schon geteilt. Schon 94 Follower, da macht mir bitte die 100 voll. Ja, ich hau jetzt mein Getränk, mein Säftchen schnell weg. Und dann geht es heute ab zum Training. Push Day, ich gucke mal, dass ich die Kamera vielleicht noch mitnehmen kann. Wenn es euch interessiert, vielleicht kann ich dort ein bisschen filmen, aber meistens die Uhrzeit relativ voll. Aber ich gucke einfach mal. Push Day, Bank drücken, Kurze Handel drücken, schräg. Ja, Fly ist einfach, fliegende. Und dann halt Trizeps, Schulter, Schulter in der Military. Da habe ich bei 6, 7 Übungen im Endeffekt. Ja, guckt einfach mal. Ich hoffe, so ein bisschen Quatsch heute hat euch hier gefallen. Bis dann und schauen wir, ob wir es gleich noch sehen. Jo, nochmal kurzer Nachtrag. Viele werden wahrscheinlich gefragt haben, wieso kein Kreatin im Shake ist. Ja, ganz einfach. Kreatin kann man ja in der Dauereinnahme 5 Gramm am Tag das ganze Jahr übernehmen. Jeden Tag, kein Problem. Bei mir ist es jetzt seit 3, 4 Wochen leer, habe ich noch nicht nachbestellt. Und ich bin momentan wieder so ein bisschen der Ansicht, dass es für mich ganz gut ist, mal ein paar Wochen ohne Kreatin zu arbeiten, um dann wieder so einen neuen Schub zu bekommen. Auch wenn es nur oft Placebo und Kopfsache ist, wenn ich dann das Kreatin wieder nehme, habe ich auch wieder das Gefühl, ich habe mehr Power. Ja, es ist nicht immer unbedingt, dass es wirklich so ist, aber der Kopf macht da viel aus. Und deswegen arbeite ich oft dann mal, dass ich ein paar Wochen kein Kreatin nehme, wie momentan. Und dann irgendwie da einen neuen Schub zu kriegen, um vom Kopf her ein kleines Plateau zu überwinden, haue ich mir das Kreatin wieder rein. 8 bis 12 Wochen, ich würde es nicht sagen, einfach eine klassische Kur, aber hin und wieder setze ich einfach mit dem Kreatin mal aus, um dann wieder einen neuen Schub zu bekommen. So für mich ganz, ganz persönlich, Bro-Science-mäßig funktioniert es ganz gut. Ihr könnt ja mal eintippen, wie macht ihr das mit dem Kreatin? Dauereinnahme oder Kur würde mich natürlich auch nochmal interessieren. So, jetzt geht es aber zum Training. Mein Roller ist ausgefallen, U-Bahn und Laufen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.